ich glaube der hat eine schwäche gegenüber magie ich das jetzt so richtig sehe und dann nur für so 186 man das ist nichts leute nicht nicht mal ein bisschen ist das das würde nicht mal für eine miete reichen nein ja 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 Es muss eine Lichter sein. Hey. Warum hast du mich geholfen? Ich habe dich geholfen. Mit der Lichter. Und mit Norah. Ich bin sorry. Was ist passiert? Es war meine Schuld. Ich habe sie in Gefahr. Ich weiß das. Ich mache Dinge richtig. Du hast mir gesagt, dass du nicht mehr konntest. Ja, und dass die Worte nicht verwendet waren, und viele andere Dinge, die ich nicht gesagt habe. Ich wusste nicht, was zu tun. Ich wusste nicht, wie zu stellen. Also, ich wusste nicht. Ich dachte, wenn ich nicht für sie konnte, dann all die Apolosien in der Welt nicht mehr sein würde. Ich wusste nicht, dass ich einen Weg finden, um zu bezahlen zu müssen. Bevor ich sogar noch das Recht zu sagen, sorry zu sagen. Aber wie du gesagt hast, ich benutze das als eine Beobachtung, damit ich aus meiner eigenen Gefahr zu gehen. Und das, ich bin zu Hause. Oh. Schau, Hope. Ich weiß, was passiert ist meine Schuld. Ich habe es nicht verdammt. Und ich bin sorry. Hier. Das sind Licht, nicht wahr? Ich... Warum... Das Knife war ein Pferd von Sarah, um sie sicher zu halten. Wenn sie dich mit etwas so wichtig ist, solltest du es sein. Ich finde ein Weg, um die Dinge besser zu machen. Nur gib mir Zeit. Wenn ich etwas gut mache, dann nehme ich irgendwelche Schuld. Sie ist weg, Snow. Du kannst die Schuld, aber... ... es wird sie nicht zurückgebracht. Ich bin sorry. Ich wusste es lange. Ich wusste es, aber... ... ich wusste es. ... ich musste mich auf jemanden. Ich musste mich auf jemanden. Ich musste mich auf jemanden. Es war nicht jemanden. Es war mir. Ich musste mich auf jemanden. Und bleib dich auf jemanden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich konnte mich auf jemanden. Wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Geh mir aus. Geh zurück! Ich habe das. Paul ist der Hero. Willst du sterben? Du kannst. Ich lasse nicht. Ich lasse dich nicht. Ich glaube wir ziehen überhaupt gar nichts gerade. Ich glaube wir ziehen überhaupt gar nichts gerade. Fing wird nie wissen, was ihn zerfällt. Ja, Falscher. Delta-Offensive brauchen wir später noch. Wir brauchen jetzt aber erstmal Dragonische Liga. So, Fang ist unsere Handführerin. Wir warten jetzt in der Hinsicht einfach nur darauf, dass ob uns die Status kurz draufhaut. Währenddessen packen wir mit den Serienbalken hoch. Werden wir nämlich gleich benötigen müssen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich gleich mit Dingsbruch hauen. Blitzschlag nämlich. Meine Lieblingskombination. Das tut nämlich richtig weh. Können wir aber natürlich nicht ständig machen. Wäre dann nämlich zu heftig sein. Deswegen gehen wir auf grüne Front. weil das reichte mir auch schon aus. Deswegen mit drei mit drei Leuten kämpft man einfach viel viel besser. Viel viel mehr Spaß. So, jetzt noch Blitzschlag. Und der Kollege ist oben. Und hat Schmerzen. Und ist noch immer im Gemachzustand. Umso höher wir den Serienbalken machen, umso mehr Schaden kriegt er ab. Das heißt, unsere Anleitung richtig schön viel. Wie ihr sehen könntet, von 1900 auf 4900. Das ist schon gut. Wir haben sogar 9900 schon erreicht, aber bringt uns leider gar nichts. das ist echt Ich will mal Blitz 1 wieder. Ah, der Kollege ist da. Junge, der ist schon schwerer, der Gegner. Muss man natürlich erwähnen, wir müssen jetzt kurz eine kurze Heilphase machen. Aber gehen jetzt sofort in die Offensive mit Blitzschlaf. Das wird richtig schön Spaß machen. Und hoch mit ihr. Schön seine Laserkaskade erstmal verhindert. Das wollte ich uns nochmal erhoben. Hoch gehörst du hin. So. Tja, und so läuft das ab, wenn ich mal spiele. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn das so passieren würde. Aber ich sehe schon, wir müssen gleich nochmal kurz in die Dragonische Liga rein. Der Kollege greift mir ein bisschen zu oft an. Auch wenn es jetzt, äh, eigentlich macht es keinen Sinn mehr, das zu machen, aber wir machen es dennoch. Weil wir es können. Ja. Ja. Das war's für heute. Ach, der hat noch nicht aufgehört. Nee, es kommt doch der Superstrahl da. Der aber auch nur auf Haupt geht, das ist doch gemein. Leute, das ist doch gemein von diesem Ushumagel-Dumitor. Greift da einfach nur auf ein. So geht das nicht. Ja, geht so leid nicht. Die freut sich. So, er ist jetzt sowieso gleich hinüber. Und er lebt nach oben. Und das war's. So Leute, damit haben wir den Boss besiegt. 960, aber der Crystarion, der nicht erweitert. Schade, aber auch. Um, Operation Nora... Didn't work out. Oh, Leute. You'll be okay. I'll keep you safe. Lightning. I'll... Me too. I mean, at least I'll try. I'll try to watch out for you too. Don't forget about this one. That one will be alright. He's too stubborn to die. That one will be alright. He's too stubborn to die. He's too stubborn to die. He's too stubborn to die. That's what having a home is all about. So, jetzt noch uns beim Haus der Estheims. Finden wir halt noch die Phoenix wieder grad. Hope! Mom's gone. Ah, nicht schlecht, ne? So kann man auch eine Begrüßung machen, ne? Ja, gleich das Wichtigste zuerst. Tut mir leid, das ist eine harte Situation, aber... Ich meine, das ist eine krasse Begrüßung. Kein Hallo, kein gar nichts. Einfach... Sie ist tot. Sie sind tot. Laura... Dad... ... 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 Ich werde in meinem Büro sein. Wir werden uns aufzuhalten. Dann werden wir weg. Wenn sie herausfinden, dass du Lassit schützt, dann... Ihr habt! Du bist mein Kind! Das ist dein Haus. Das ist mein Kind. Mein Kind. So, wir können jetzt hier ein bisschen Raum spazieren in dem Haus von Hope. Ähm... Ich weiß gar nicht, gibt's hier irgendeine Schatztruhe? Ich meine schon. Es gäbe hier auf jeden Fall irgendwo eine noch. Irgendwo gab's eine. Sind ein kleiner... Äh... Sind ganz klein Hope und seine Mutter zu erkennen. Hope's Vater muss Jos einiger entfernt und fotografiert haben. Naja... Ah... Es muss ja nicht immer Schatzthron sein. Also irgendwo hier auf jeden Fall muss... Müsste eine sein. Da sehen wir zum Beispiel Lightning. Wofür... Blender manieren. Hier ist definitiv keiner. Also... Naja, gut. Dann sei's drum. Dann gehen wir einfach zum nächsten Ort. Warte, was war das denn? Da war was. Ah, ja da. Ein Hand voll akademischer Bücher und Haushaltszeitschriften sind in den ansonsten spärlich gefüllten Regalen zu finden. Doch nichts von Hopes persönlichen Sachen. Höchstwahrscheinlich in seinem Zimmer sind die Sachen. Machen wir erstmal den Fernseher an. Jetzt für ein Update auf die Situation in Palumpolum. Die Lessee weiterentwickeln ihre desperate flight. Und der Militär hat jetzt eine all-out-kampagne für sie zu eliminieren. In dem Moment, dass du dein Haus verlassen musst, bitte folgst die Instruktionen auf diesem Kanal. Muss die Kinder sein. Hey. Oh! 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 Oh, right! Oh! Ich sehe, dass du die Kinder weggebracht hast. Er hat es zurückgebracht. Er sagte, er hat es nicht mehr geholfen. Mach dich. Es war zu viel. Was hat mit Sarah passiert? All I could think about was what could I have done. I hated myself for not trusting her. It hurt too much. I couldn't face it. Look, Snow. I... I'm sorry. Forgive me. For what? Everything? If you told me your real name, I suppose I could. Have Sarah tell you. When she comes back. Deal. My dad said he'd like to see you guys. He wants to talk. Huh. The blame is mine. I couldn't save her. If it wasn't for Snow, I wouldn't be here right now. Snow. Did Nora... Did she say anything to you? Hope. She said to... Get him home. Hmm. And that's exactly what you've done. Huh? Phew. Face to face like this, it's hard to believe you're all dangerous fugitives. But the entire world is scared to death of you, Lacy. No. Not even just you. People who've helped you. Bumped into you. Sometimes it's even just people who've walked by one of you. They think they're tainted and want every one of them purged. The Sanctum's a puppet of the Fowl Sea. To them, our lives don't mean anything at all. We'll stop this. Take down the Sanctum and save Cocoon. You've thought that through? If Lacy take down the Sanctum, fear of pulse will only get worse. It won't stop with fear. People will take up arms and stand against you. Can you imagine it? The rampant violence. When the government's control is gone, the citizens will revolt. So, what then? We're supposed to just smile and eat a bullet? That means you, too. I know I'm part of this. I'm on your side of the fence. Harbor of Lacy and a public enemy. Coming here was a bad idea. This is your home. We're all here. Let's figure this out together. We're all here together. Heads up! No! Hope! In the back! You're not ready for this. I'll stay here. Chanel! Help my dad! Come on!